Thomas Schuler beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Napoleon Bonaparte, hat über ihn für mehr als 40 Zeitungen geschrieben, hält Vorträge und verfasste mehrere Bücher über den Kaiser. Wenn man ihn fragt, was ihn denn an Napoleon so fasziniert, sagt er, dass es bei dieser Figur einfach immer was Neues zu entdecken gäbe. Es gibt mindestens eine Million Bücher über Napoleon. Und die wirklich spannende Frage ist doch, warum gibt es ausgerechnet so viele Bücher über Napoleon? Und nicht über irgendeine andere historische Persönlichkeit. Und die Antwort ist ganz einfach, an dem Mann scheiden sich die Geister. Die Geister scheiden sich auch, wenn es um die Verfilmungen über das Leben des französischen Kaisers geht. Obwohl es, verglichen mit der Zahl der Bücher, erstaunlich wenig Napoleon-Filme gibt. Nun hat sich also Ridley Scott an den Stoff gemacht. Sein Film beginnt mit der Enttaubtung von Marie-Antoinette 1793. In der turbulenten Zeit der französischen Revolution steigt der General Napoleon Bonaparte erst militärisch auf und bemächtigt sich schließlich der Spitze des Landes. Der Film zeigt aber auch den Abstieg Napoleons und wie er seine Macht wieder verliert. Ridley Scott hat sich dabei für ein paar wichtige Schlachten als Etappen in Napoleons Leben entschieden. Ein großer militärischer Erfolg war die Eroberung von Toulon im Jahr 1793. Wir reisen im Film auch mit zum Ägyptenfeldzug, zur Schlacht bei den Pyramiden 1798. Natürlich fehlt die berühmte Niederlage bei Waterloo 1815 ebenso wenig. Diese Schlachten inszeniert Ridley Scott im Film atemberaubend. Die wohl eindrücklichste ist der Kampf von Austerlitz gegen Russland und Österreich. Die russischen Soldaten können über einen gefrorenen See fliehen. Napoleon lässt den See mit Artillerie beschießen, sodass das Eis bricht. Nach und nach stürzen die Soldaten Pferde und fahren ins eiskalte Wasser. Ihr Blut färbt das Wasser rot. Nicht nur die düsteren Wälder in der klirrenden Kälte lassen bei dieser Szene das Blut in den Adern gefrieren. Doch so großartig diese Schlachten orchestriert sind. So historisch ungenau war dabei Ridley Scott. Der Historiker Thomas Schuler hat viele Fehler entdeckt. Bei der Schlacht von den Pyramiden schlagen die Granaten mit der Wucht von modernen Artilleriegranaten in die Pyramiden ein. Das macht eine Kanonenkugel im Jahr 1798 nicht. Bei der Schlacht von Austerlitz sieht man einmal einen russischen Soldaten, der etwas raucht. Das sieht so ähnlich aus wie eine Zigarette. Kam erst 50 Jahre später nach Europa. Dann verständigen sich die Franzosen bei der gleichen Schlacht mit Flaggensignalen. An dem Vormittag der Schlacht war dichter Nebel. Bei der Schlacht von Waterloo gibt es Schützengräben und Palisaden. Gab es keinen einzigen. Ridley Scott zeigt seinen Napoleon als Kaiser, der auf dem Schlachtfeld mitkämpfte. Ein bekanntes Bild, auch aus anderen Napoleon-Darstellungen. Doch das stimmt nur bedingt, meint Thomas Schuler. Also ja, Napoleon hat sich, wenn notwendig, ganz nach vorne in Schlachten begeben. War auch im dichtesten Kugelregen, hat keine Angst gehabt. Der Grund, warum er so weit vorne ist, war, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Und so konnte er natürlich die besten Befehle geben. Aber dass er die Angriffe selber mitgemacht hat oder zum Beispiel bei der Schlacht von Auserlitz, dass er dann vorher als einsamer Spion auf einem Maultier in Mönchskutte sich der Gefahr einer Gefangennahme aussetzt. So doof war er als Oberbefehlshaber schlicht und einfach nicht. Was Thomas Schuler am Film besonders problematisch findet, sind die Zahlen der Toten, die der Film Napoleon anlastet. Im Abspann liest man von drei Millionen Menschen, die bei den napoleonischen Kriegen ums Leben kamen. Das sei falsch und vermittle ein viel zu düsteres Bild von Napoleon, sagt Thomas Schuler. Die Hauptverantwortung an diesen Kriegen hat schlicht und einfach Großbritannien. Und es waren auch alle Angriffskriege, alles Angriffskriege gegen Frankreich mit Ausnahme Spaniens und Russlands. Und dann jetzt wieder zu erzählen, der größenwahnsinnige Kriegstreiber Napoleon, das wird einfach der historischen Wahrheit nicht gerecht. Napoleon wird von Ridley Scott also weder idealisiert noch als Kriegsheld gefeiert. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle fern von gängigen Kriegen. Napoleon-Klischees. Er ist weder brillanter, machthungriger Militärstratege, noch ein kleiner, unsicherer Mann voller Minderwertigkeitskomplexe. Ridley Scott spielt mit unseren Erwartungen. Und das ist interessant. Joaquin Phoenix' Performance ist charismatisch, ruhig und verleiht der Figur etwas Mysteriöses, Unergründliches. Leider zu unergründlich. Denn sein Ansporn und die Gründe, warum er seine Entscheidungen trifft, das wird nicht spürbar. Auf den Historiker Thomas Schuler wirkt dieser Napoleon vor allem zu cool. Er war auch todesmutig und wenn man so sagen möchte, cool in Schlachten, wenn ihm die Kugeln um die Ohren gepfiffen sind. Und gemessen an dem stellt ihn der Film ziemlich eindimensional dar. Also da sehen wir halt vor allem, das mag Hollywood ja sehr gerne, den coolen Napoleon. Doch er sei auch humorvoll, charmant, geistreich und sehr belesen gewesen, betont Schuler. Davon spürt man im Film kaum etwas. Was am Film am meisten irritiert, ist, dass in der Darstellung von Joaquin Phoenix, der zeitweilige Kaiser der Franzosen, keine charakterliche Entwicklung durchmacht. Obwohl der Film die Geschichte über drei Jahrzehnte erzählt. Während der Französischen Revolution war Bonaparte ein ambitionierter, junger Mann, der für seine Ideale brannte. Er sei ein glühender Anhänger von Rousseau gewesen, sagt Thomas Schuler. Bei der Schlacht von Waterloo war er ein Kaiser mittleren Alters, dem die Macht zu Kopf gestiegen war. Ridley Scott nutzt das Potenzial, das in dieser Figur steckt, nicht aus. Sein Napoleon verhält sich immer gleich stoisch. Das ist unrealistisch und bewirkt, dass man mit diesem Napoleon nicht mitfiebern oder mitleiden kann. Einen wichtigen Teil des Films nimmt die Beziehung zwischen Napoleon und Josephine de Boarnay ein. Napoleons großer Liebe. Im Film begegnen sich die beiden bei einem Ball in Paris. Napoleon hat gerade die Schlacht bei Toulon gewonnen. Josephine zeigt sich wenig beeindruckt. Sie fragt ihn, warum er sie anstarre und was er da für ein Kostüm trage. Die beiden verlieben sich und heiraten schnell. Doch ihre Beziehung im Film ist alles andere als harmonisch. Josephine betrügt Napoleon mehrfach. Sie spielen Machtspielchen, verletzen einander bewusst. Ridley Scott zeigt ihre Beziehung als eine Art Hassliebe. Sie können nicht mit und nicht ohne einander. Doch war diese Beziehung so toxisch, wie sie Ridley Scott darstellt? Nein, betont Thomas Schuler. Josephine und Napoleon hätten sich wunderbar ergänzt. Und die Dynamik der Liebesbeziehung, die war schon die einer ziemlichen Gleichberechtigung und Wertschätzung. Was ihn im Film an der Darstellung dieser Beziehung besonders stört, ist, wie das Sexleben gezeigt wird. Napoleon erscheint als peinlicher Grobian ohne jegliches Feingefühl. Die Erotik-Szene da in der Hochzeitsnacht, also da sieht man ihn halt einfach wie so einen grobschlechtigen Rammler. Auch das verbreite falsche Bilder. Der Punkt ist, das werden die Szenen sein, die den Leuten hängen blieben. So im Sinne von, ah, so war Napoleon und so war er definitiv nicht. Denn, was viele nicht wissen, Napoleon war ein ziemlicher Romantiker, schwärmt Thomas Schuler. Ja, es gibt natürlich von dieser Hochzeitsnacht keine Augenzeugen, keine Quellen, die jetzt aufgeschrieben hätten, wie das wirklich war. Aber, was es sehr wohl gibt, sind die Liebesbriefe von Napoleon an Josephine aus dieser Zeit. Und wenn man die liest, die gehören schlicht und einfach mit zum zärtlichsten und wundervollsten, sprachlich feinsinnigsten, was mitunter von einem Mann je an eine Frau geschrieben wurde. Dem mag man Napoleon gar nicht zutrauen, aber es sind wirklich wundervolle Briefe. 1809 lässt sich Napoleon von Josephine scheiden. Nicht, weil er sie nicht mehr lieben würde, sondern weil sie nicht schwanger wird. Und es deshalb keinen Thronfolger gibt. Die Entscheidung fällte er für Frankreich. Nach der Scheidung korrespondierten Napoleon und Josephine weiterhin. Wie der Film ihre Verbindung und tiefe Liebe auch nach dieser Trennung darstellt, das ist laut Thomas Schuler gelungen. Es ist in dem Film absolut richtig und korrekt dargestellt. Auch nach der Scheidung hat er sich ja wirklich liebevoll um sie gekümmert und war ihr freundschaftlich bis an ihr Lebensende verbunden. Also er hat sie dann nicht so einfach getroppt und weg war sie aus den Augen, aus dem Sinn. Sondern er hat sich wirklich um sie gekümmert und war er auch danach noch verbunden. Eine weitere Filmszene, die bleibt, ist die Krönung Napoleons zum Kaiser im Jahr 1804. Die Szene erinnert in Licht und Farbgebung stark an das berühmte Gemälde von Jacques-Louis David, das im Louvre hängt. Im Film sieht man David sogar kurz, wie er das Bild malt. Wirklich akkurat ist auch diese Szene nicht. meint Thomas Schuler. Aber er gibt zu. Die Szene wirkt bombastisch. I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and placed it atop my own head. Ridley Scott macht mit Napoleon also das, was er am besten kann. Er komponiert wirkungsvolle Bilder, die eine eindringliche Stimmung schaffen. Die Stimmung des Films ist auch das, was Thomas Schuler am besten gefällt. Er trennt die historische von der rein filmischen Analyse. Also aus filmischer Perspektive baut er auf jeden Fall Stimmung auf. Und zwar eine ganz, ganz eigene und spezielle mit dieser ruhigen, getragenen, melancholischen Musik. Das macht schon was. Ridley Scotts Film überzeugt Thomas Schuler aber trotzdem nicht. Entertainment und historische Genauigkeit müssten sich nicht ausschließen, meint er. Die Motivation, so einen Film zu machen, verstehen wir. Man will, dass viele Menschen ins Kino gehen. Aber dass jetzt eine spannende Inszenierung sich schneidet und beißen muss mit historischer Authentizität, also mit nahe an den Quellen, das stimmt ja überhaupt nicht. Thomas Schuler ist gleichwohl optimistisch. Die Welt der Filmgeschichte ist ja noch nicht zu Ende. Möglich ist es, einen sehr guten Film über Napoleon zu machen.